Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Sonntag. Heute ist der 11.04.2021. Es ist 10.04 Uhr und vor vier Jahren waren anscheinend Leute hier schräg am anderen Haus und haben da Hasen dran gemalt. Ich erinnere mich jetzt daran, weil mir Facebook das gerade zeigt. Ich habe da ein Bild von gemacht, wie sie da mit dem Kran an der Wand hängen und mit Kreide oder was auch immer das war, daran malen. Das ist heute noch zu sehen, das Bild. Eigentlich eine schöne Zeichnung. Ja, was gibt es zu erzählen? Ich bin seit einer guten Stunde wach, vielleicht sogar schon anderthalb Stunden und war jetzt im Bad und werde nicht was vorstücken und ich glaube, ich gucke jetzt gleich die erste Staffel von Counterpart zu Ende und dann werde ich heute wie gestern wieder 13.30 den Stream anschmeißen, um ein bisschen hier Breathage zu spielen. Ich bin vielleicht ein bisschen süchtig, ich muss es zugeben. Das Wochenende steht ganz im Zeichen von Breathage. Gestern viereinhalb Stunden, am Freitag drei und heute auch nochmal viereinhalb sind acht, neun, zwölf Stunden. Oh krass, acht, neun, plus drei sind zwölf, ja. Ja, ist ein schönes Spiel und es muss weitergespielt werden heute. Ja, ansonsten, meine Nachbarn laufen wieder wie Trampeltiere durch die Wohnung. Ich glaube, die treten nicht zuerst mit dem vorderen Teil des Fußes auf, sondern wirklich mit den Hacken. Also so hört es sich zumindest an. Oder es ist einfach nur ein schwerer Gang und der Mensch, die Menschin kann nichts dafür, aber es nervt halt extrem. Das geht bis in die Nacht rein, also heute wieder bis um eins. Und jetzt ist es dann wieder ab neun und man denkt sich so, ach Leute, warum seid ihr noch so eine Nilpferde? Naja, egal. Momentan ist es ruhig und jetzt, wo ich wach bin, ist es mir eigentlich auch relativ wumpe, aber wenn man davon wach gemacht wird oder nicht schlafen kann, weil es halt so trampelt, dann ist das schon ein bisschen blöde. Muss man mal so sagen, wie es ist. Ja. Ja, ansonsten ist, wie gesagt, heute Sonntag. Das Wochenende war ganz gut soweit. Gestern waren es ja irgendwie temperaturmäßig bis zu acht Grad. Heute wären es irgendwie bis zu zwanzig. Ich bin mal gespannt. Sieht nicht anders aus als gestern, aber wärmer wird es auf jeden Fall. Mal gucken, wie mein Kopf klarkommt. Montag sind es dann plötzlich nicht mehr zwanzig, sondern wieder acht maximal. Also dieses Hoch und Runter der Temperaturen ist echt ätzend und ich hoffe, ich überstehe das ganz gut. Am Dienstag hatte ich ja so einen kleinen Migräneanfall. Das war nicht so geil, aber da war das Wetter auch wie so ein Stroboskop oder wie nennt man das? So ein Licht, was die ganze Zeit flackert. An, aus, an, aus, an, aus. Irgendwie so in die Richtung würde ich es beschreiben. Wir gucken mal. Ich mache mir das Frühstück. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Sonntag. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns vielleicht so ab 13.30 bei einem weiteren Presage-Stream und ansonsten morgen beim nächsten täglichen Vlog hier auf diesem YouTube-Kanal. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und bis demnächst mal wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.